You are an idiot! You are an idiot! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunker am Lager. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Verrat! Verrat! Verrat!